Ein Teleskop für Kinder und Jugendliche zum Verschenken. Ja, was nehme ich da nur? In ein paar Minuten wissen Sie es, bleiben Sie dran. Hallo bei AstroShop.de und willkommen zu einem neuen Video. Oft kommt es vor, dass sich Kinder und Jugendliche von ihren Eltern ein Teleskop wünschen. Aber welches sollte man schenken, um einen wirklichen Treffer zu landen? Gar nicht so einfach, denn wenn Sie sich einmal auf unserer Webseite umschauen, dann gibt es dort derzeit 934 Teleskope zur Auswahl. Das ist wirklich viel und das kann einen schnell erschlagen und man weiß überhaupt gar nicht mehr, was man denn nehmen soll. Deswegen gibt es hier im Video ein paar ganz kurze Tipps und Empfehlungen, damit Ihr Teleskopkauf und natürlich vor allem das Geschenk zum Erfolg wird. Viel Spaß! Welches Teleskop nehmen? Eine gute Frage, über die man stundenlang reden könnte. Aber wer hat schon die Zeit dafür? Es gibt vor allem drei Säulen für den Teleskopkauf. Ein Teleskop sollte gerade am Anfang nicht so groß sein. Ein schweres Monsterteleskop ist eine Hürde, wenn es darum geht, spontan die Sterne zu beobachten. Es sollte auch möglichst einfach zu bedienen sein, denn es nützt überhaupt nichts, wenn man erst 1000 Kabel anschließen oder das Gerät eine halbe Stunde ausrichten muss, bevor man den ersten Blick durchs Okular werfen kann. Einige Teleskope sind auf einen sehr günstigen Preis ausgelegt. Oft werden dabei aber Kompromisse eingegangen. Ein Minimum an Stabilität ist wichtig, damit Sie bei der Beobachtung ein ruhiges Bild erhalten. Ich habe Ihnen drei Teleskope herausgesucht, die gut für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind und die die drei vorgenannten Punkte erfüllen. Ein Linsenteleskop für Mond und Planeten und seit Jahren bei uns ein beliebter Bestseller. Auch kleine Kinder können hier gut in das Okular blicken, weil der Einblick ganz unten sitzt. Außerdem besitzt das Teleskop Feinwellen, um Objekte ganz einfach im Zentrum des Sichtfeldes zu halten. Dieses Teleskop ist ein richtiger Alleskönner und ein super Einsteiger-Teleskop für Kinder und Erwachsene, die Mondplaneten und Sternhaufen weit draußen im Universum erkunden wollen. Mit 130 mm Öffnung sammelt es 340 mal mehr Licht als das bloße Auge. Außerdem besitzt es eine parallaktische Montierung. Das heißt, Sie können Himmelsobjekten ganz einfach mit der Feinbewegung folgen. Für den Aufbau des Teleskops haben wir auch eine Videoanleitung, die ich in der Beschreibung verlinke. Was ist das für ein Teleskop? Es nennt sich Dobson und ist eine Kombination aus Tubus und einer Box, die sich einfach in alle Richtungen verstellen lässt. Das Geniale daran, alles ist super kompakt und richtig einfach zu benutzen. Stellen Sie das Teleskop einfach nach draußen und fertig. Kein Ausrichten, keine Theorie, einfach beobachten. Ein Teleskop ohne alles ist ein bisschen eine schwierige Sache. Denn woher soll ich wissen, wie ich was beobachte oder wie ich überhaupt das Teleskop bediene? Das ist ein bisschen so, als würde ich ein Fahrrad vor die Nase gesetzt bekommen, habe aber bisher noch überhaupt keine Erfahrung damit sammeln können und soll jetzt wissen, wie ich in die Pedale trete. Mit ein paar Hilfsmitteln flutscht die Sache aber wie von selbst. Oder anders gesagt, kaufen Sie nicht nur ein Teleskop, sondern kaufen Sie ein System. Denn dann macht die Beobachtung des Sternenhimmels auch Spaß. Eine drehbare Sternkarte. Damit lernen Ihre Kinder oder auch Sie selbst den Sternenhimmel und alle wichtigen Sternbilder kennen. Es macht Spaß, sich unter den Himmel zu stellen und nach und nach die Sterne zuzuordnen. Eine Rotlichtlampe. Um auf der Sternkarte oder am Teleskop etwas zu erkennen, brauchen Sie eine rote Taschenlampe. Damit wird die Dunkeladaption unseres Auges nicht gestört. Ein Buch über die Praxis am Himmel Nach mehr als 25 Jahren Erfahrung in astronomischer Beobachtung habe ich hier mein Wissen weitergegeben und ein Buch für Kinder und Jugendliche Astrobeobachter verfasst. Ja, mein Weg zu den Sternen für Dummies Junior. Darin findet die Jugend alles, was man für die ersten Ausflüge unter dem Sternenhimmel braucht. Wie bei den Dummy-Büchern üblich, ist alles ganz einfach erklärt. Das Buch gibt viel Motivation mit auf den Weg und jede Menge praktischer Anleitungen für erfolgreiche eigene Beobachtungen mit dem freien Auge, dem Fernglas oder dem eigenen Teleskop. Ein weiteres Okular. Im Basisset von Teleskopen gibt es meist zwei einfache Okulare für kleine und mittlere Vergrößerung. Was fehlt, ist ein gutes Okular für die leicht höhere Vergrößerung. Ideal, um Planeten im Detail zu beobachten. Die Kronos Okulare sind günstig und liefern eine ganz tolle Abbildung. Machen Sie Ihren Kindern oder Sie selbst eine Freude mit einem guten Einsteiger-Teleskop, an dem Sie lange Spaß haben. Gerne beraten wir Sie auch hier bei astroshop.de. Vielen Dank fürs Zuschauen im Klaren Himmel und viel Freude beim Schenken. Tschüss! Schenken, 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 Sch